Feministinnen kämpfen nicht mehr für das Recht, sodass Frauen sich freier entfalten können als Frauen. Sie streben eher danach, Frauen zu einer schlechten Version des Mannes zu machen. Hallo meine Red Pill Brüder, die meiner Meinung nach 30 wichtigsten Red Flags. Was viele unter einer Red Flag falsch verstehen, ist folgendes. Eine Red Flag ist nur ein Warnsignal. Es heißt nicht gleich, dass du sofort die Reißleine ziehen und um dein Leben rennen musst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Die wichtigste Red Flag ist, wenn eine Frau ohne ihren biologischen Vater groß geworden ist. Diese Red Flag wird auch gleich als erstes unter den 30 genannt. Aus dieser Red Flag entstehen fast alle anderen Red Flags. Du musst dir das wie eine Baumstruktur vorstellen, wobei diese Red Flag die Wurzel des Baumes ist. In sehr seltenen Fällen wirst du bei dieser Red Flag noch eine Frau finden, die unterwürfig und halbwegs feminin ist. Aber es kann ja dennoch sein. Red Flags sind nur Warnsignale. Es heißt, du musst genauer hinsehen. Wenn verschiedene Red Flags dich anhäufen, dann hast du zwei Optionen. Entweder nimmst du den Tab von diesem weisen alten Mann hier an. Flieht ihr Narren? Oder du gehörst zu den Leuten, die sich ein Rotationssystem aufbauen wollen. Ein Rotationssystem kann man sich auch aus unterschiedlichen Gründen aufbauen. Für den puren sexuellen Spaß oder um mit der Zeit die bestmögliche Partnerin zu finden. Ist letzteres euer Ziel, dann müsst ihr trotzdem regelmäßig aussortieren. Mit der Zeit zieht ihr nämlich auf diese Weise immer mehr qualitativ hochwertigere Frauen an. Du kriegst immer, was du tolerierst. Du darfst keine Ausnahmen machen. Dafür sind diese Red Flags gedacht. Fangen wir direkt mal an. Die größte Red Flag ist, wenn sie eine schlechte oder keine Beziehung zu ihrem biologischen Vater hatte. So gut wie jede Frau, die keine gute Beziehung zu einem leiblichen Alpha-Vater hatte, wird auch nicht die Eigenschaften eines starken, hochwertigen Mannes wertschätzen. Die Red Flag besteht auch, wenn ihr Vater ein übermäßiger Nice Guy war und die Mutter im Grunde genommen das Sagen hatte. Der Vater ist der primäre Vorbild von kleinen Kindern. Es ist seine Aufgabe, ein stabiles Gerüst für ihr Glaubenssystem aufzubauen, ihr den Unterschied zwischen gut und schlecht klar zu machen. Eine Single-Mutter kann ihre Tochter unmöglich beibringen, die Geschlechterrollen wertzuschätzen. So etwas muss man von klein auf mit eigenen Augen erlebt haben, mit einem leiblichen Vater und einer leiblichen Mutter. Natürlich ist auch eine Mutter wichtig, aber bei der aktuellen Gesetzeslage bekommt zu 80% ja immer die Mutter das Sorgerecht und deshalb passiert es nicht so oft, dass Kinder ohne Mutter aufwachsen. Die Situation ist wirklich katastrophal. Wenn du noch zu den wenigen Männern mit Alpha-Verstand gehörst, solltest du dich auf keinen Fall unter Wert verkaufen. Wenn das so weitergeht, gibt es in einigen Generationen keine richtigen Männer mehr. Es gibt nur noch Buben im Körper von Männern. Buben mit Nice Guy-Syndrom. 2. Red Flag Sie ist eine Feministin. Die Feministinnen von heute sind so dermaßen fehlkonditioniert, dass sie kaum noch was Femininis an sich haben. Sie schieben Hass auf den sexbesessenen, dämonischen Mann. Gleichzeitig aber sorgen sie mit allen Mitteln dafür, dass Frauen sich vermehrt so verhalten wie Männer. Feministinnen kämpfen nicht mehr für das Recht, sodass Frauen sich freier entfalten können als Frauen. Sie streben eher danach, Frauen zu einer schlechten Version des Mannes zu machen. Wenn sie nicht der Meinung ist, dass der Mann die führende Person in der Beziehung ist und Frauen das eben auch ach so toll hinbekommen, dann ist sie deine Zeit einfach nicht wert. Wir sehen ja, wozu das alles hier geführt hat. Wenn ich hier mit meinen 30 Red Flags fertig bin, habe ich bestimmt 90% der Frauen auf diesem Planeten als beziehungsunfähig eingestuft. Nein, doch! Red Flag Nummer 3 Single Mütter Direkt eine doppelte Red Flag, wenn sie Ü30 ist. Komm niemals auf die Idee, die Kinder eines anderen Mannes groß zu ziehen. Du verlierst damit auf jeder Ebene. Du vererbst deine DNA nicht und du hast beim Kind auch keine Autorität, so wie der leibliche Vater diese hätte. Spiel niemals den Spielstand eines anderen Mannes weiter, würde Coach Mischa an dieser Stelle wohl sagen. Single Mütter suchen nur einen ordentlichen Versorger. Dein Nutzen hat immer mehr Priorität für sie. Wenn du kurzfristigen Spaß suchst, nur zu. Das führt uns direkt zu Red Flag 4. Single Frauen über 30 Frauen, die mit 30 plus Jahren noch keinen Mann für sich gesichert haben. Denen fehlt es offensichtlich an der Bindungsfähigkeit. Solche Frauen waren meistens als Teenager und in den 20ern auf dem Karussell unterwegs. Sie wird dir erzählen, dass sie immer an die falschen Männer geraten ist und diese sie schlecht behandelt haben. Ist klar. Aber meistens ist sie eben geblieben, weil sie genau das wollte. Einen narzisstischen Bad Boy, wo sie sich stets im Unklaren bezüglich seiner Gefühle war. Du wirst es unheimlich schwierig haben, auf Dauer eine Beziehung mit ihr zu führen. Sie will einerseits keinen Beta-Versorger, weil diese sie nicht reizen. Du bist kein ernstzunehmender Mann. Du hast recht. Ich bin ein Gott. Aber andererseits sucht sie halt immer wieder den Mann, mit dem sie die emotionale Achterbahn durchlaufen kann. Promiskuitiv waren die meisten in dieser Kategorie ohnehin schon. Wie ihr seht, wird eine Frau ganz schnell mit vielen Red Flags übersät. Fünftens Eine geschiedene Frau Hier könnte natürlich auch der Mann der Schuldträger gewesen sein. Das will ich nicht ausschließen. In 80% der Fälle wird die Scheidung aber eben durch die Frau initiiert, wenn man sich die Statistiken weltweit anguckt. Dann muss man noch den Aspekt erwähnen, dass Frauen meistens Stress in einer Beziehung oder Ehe anfangen, wenn es nicht gut läuft. Was dann ein Grund ist, weshalb der Mann den Schlussstrich gezogen hat. Eine mehrfach geschiedene Frau nannte Coach Magic auch den erfahrenen Henker. Sie hat schon Erfahrungen mit der Trennung einer eigentlich lebenslangen Bindungsverpflichtung gemacht. Ihr müsst euch außerdem auch immer vor Augen halten, dass die Scheidungsrate nach der ersten Ehe immer höher ist. Tut euch das nicht an. Wenn ihr nur den Spaß sucht, nur zu. Rote Flagge, geh weiter. Sechste große Red Flag. Promiskutive Frauen. Also Frauen mit einem hohen Bodycount. Den Bodycount wird dir eine Frau natürlich nicht so einfach verraten. Es gibt mittlerweile viele Studien, die belegen, dass je früher eine Frau ihr erstes Mal hatte, sie entsprechend auch im Laufe des Lebens mehr Sexpartner haben wird. Frauen mit einem höheren Bodycount haben es schwer, sich monogam für eine lange Zeit an einen Mann zu binden. Wenn du eine Beziehung führen und Kinder haben willst, musst du unbedingt darauf achten, dass sie einen niedrigen Bodycount hat. Bei der letzten Statistik, die ich vor Augen hatte, konnte man folgende Werte entnehmen. Eine Jungfrau 0%. Während eine Frau mit nur zwei Partnern schon eine 30%ige Chance auf Scheidung mit sich bringt. Es gibt kaum Frauen, die nicht schon mindestens zweistellig hoch zählen. Und das schon ab einem Alter von 25 Jahren. Da könnt ihr gerne auch mal Institute of Family Studies bei Google eingeben und euch einige Paper zu durchlesen. Oder Klaus Thiele abonnieren. Der hat dazu auch schon ein Video gemacht mit wissenschaftlichem Fundament. Was ich euch auf meinem Kanal beibringe, müsst ihr austesten und werdet sehen, es funktioniert. Ich bin mehr der Try-and-Error-Typ. Was nicht heißt, dass man nicht kritisch hinterfragen sollte, was ich euch sage. Ihr solltet immer eure eigene Meinung bilden. Männer müssen ihren Wert mit der Zeit erschaffen. Eine Frau sucht immer einen Mann, der Potenzial für eine rosige Zukunft hat. Frauen aber müssen ihren Wert bewahren. Ein Mann guckt sich die Vergangenheit der Frau an und schließt daraus, ob sie es wert ist. Ob die Vaterschaftssicherheit gewährleistet ist. Genau aus dem Grund werden die Frauen auch nicht so einfach ihren Bodycount verraten. Selbst wenn sie es dir verrät. Sie wird dich wahrscheinlich belügen. Man muss es wirklich geschickt anstellen. Es ist immer gut, ihren Freundschaftskreis abzuchecken. Wenn ihre Freunde Partygirls sind, dann kannst du sehr stark davon ausgehen, dass sie schon sehr hoch zählt. Und auch das führt uns direkt zur nächsten Red Flag. Eine Frau in einer Beziehung hat sich von Clubs und Bars fernzuhalten. Wenn du nicht auf einer Beziehung aus bist, dann kannst du sie natürlich für ein Rotationssystem nutzen. Eine Frau, die regelmäßig mit ihren Mädels feiern geht, ist eine riesen Red Flag. Sie schminkt sich, trägt heiße Outfits und geht raus. Für wen? Natürlich, um sich für andere Männer bestmöglich zu vermarkten. Sie lebt ihre Hypergamie auf diese Weise frei aus und ist auf der Suche nach dem nächsten größeren Fisch. Treue kannst du von solchen Frauen in einer Beziehung nicht erwarten. Ihre Handlungen sprechen eben immer lauter als ihre Worte. Sie geht also auf Partys und will sich von anderen Männern begutachten lassen. Sie geht dir damit mental schon fremd. Es ist echt traurig, wie viele Männer heutzutage sowas in einer Beziehung erlauben. Meistens trauen sich diese Nice Guys eben nicht, es auszusprechen, ihr zu sagen, dass das so nicht geht. Und dann wendet sie natürlich eine Beschämungstaktik nach der anderen an. Sie will doch nur Spaß haben. Was ist los mit ihrem Freund? Für viele Frauen ist es heutzutage ein leichtes, ihre Hypergamie frei auszuleben. Auch hier ein guter Übergang zum nächsten Red Flag. 8. Social Media abhängige Frauen auf der Suche nach Validierung. Es gibt verschiedene Risikofälle. Alle solltest du meiden, wenn du eine Beziehung suchst. Die Besseren benutzen private Accounts und posten nur Bilder für Freunde und Familie. Bei Instagram kommt es dann aber trotzdem nicht selten vor, dass diese über 500 Abonnenten haben. Selbst wenn sie nicht so heiße, provokante Bilder posten, hat sie sich dennoch auf den freien Gurkenmarkt geworfen. Sie wird ihre Likes und Kommentare von anderen Gurken bekommen. Sie lebt ihre Hypergamie auf diese Weise frei aus und fast alle Betas lassen sowas zu. Es ist eine schwache Form von Prostitution. Aber dann gibt es natürlich noch die stärkere Form. Öffentliche Accounts mit regelmäßigen Selfies, wo sie sich so heiß wie nur möglich präsentiert. Sie optimiert ihre Hypergamie und das ganz öffentlich. Die Frauen, die 10k plus Follower haben, die kannst du komplett vergessen. Ihr Ego wird nämlich jeden Tag von durstigen Betas ins Unermessliche geboostet. Solche Frauen überbewerten sich selbst maßlos und wissen gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Eine Frau, die fischen geht, ist offensichtlich nicht in einer festen Beziehung. Auch wenn du ihr Freund bist. Sie gehört der Straße. Komm niemals auf die Idee, eine monogame Beziehung mit so einer Frau einzugehen. Die nächste wichtige Red Flag ist Sie hat permanent ihr Smartphone in der Hand. Entweder sucht sie ständig Aufmerksamkeit über Social Media, wie Instagram, Facebook, TikTok oder was es auch immer in naher Zukunft geben wird. Oder sie schreibt mit anderen Typen. Wenn sie ihr Handy ständig von dir abwendet, ist es eher Letzteres. Oder sie setzt ihr Handy ständig mit der Displayseite auf den Tisch, damit du halt nicht drauf gucken kannst. All diese Dinge macht sie eben, weil sie Dinge vor dir zu verheimlichen hat. Es sind andere Gurken im Spiel. Wenn ihr auf eine Beziehung ausseit, dann dürft ihr diese Red Flag nicht ignorieren. Wenn ihr den Spaß sucht, dann bitte sie ein einziges Mal ihr Handy beiseite zu legen, während sie in deiner Gegenwart ist und gut ist. Ihre Aufmerksamkeit hat nämlich immer an dich zu gehen und nicht über ihr Handy weitergeleitet an andere, während sie in deiner Gegenwart ist. Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Zehnte Red Flag ist der Doodle-Kopf. Den habe ich von Coach Magic und der hat natürlich recht. Ich spreche hier von Frauen, die permanente Ablenkung durch Musik und Fernseher und was weiß ich brauchen. Frauen, die nicht einfach mal für eine Stunde abschalten und nichts tun können. Solche Frauen suchen permanente Ablenkung, weil sie sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen wollen. Als ich von dieser Red Flag erfahren habe, musste ich ziemlich schmunzeln. Es gibt leider viele solcher Frauen. Sie haben ein so dermaßen niedriges Selbstwertgefühl, aber kommen nicht auf die Idee, mal an sich arbeiten zu wollen. Rote Flagge, geh weiter. Die elfte Red Flag. Auch unheimlich wichtig. Ein schlechter Freundschaftskreis. Der Freundschaftskreis eines jeden Menschen sagt unheimlich viel über ihn aus. Gleich und gleich gesellt sich gern. Wenn sie also einen auf unschuldige Nonne macht und ihre Besties sind alle Partygirls, die ständig neue Kerle am Start haben, dann ist oder war sie auch so eine. Ihre besten Freundinnen und Freunde haben einen gravierenden Einfluss auf sie. Wenn ihre Freundinnen also übersät sind mit roten Flaggen, dann hast du eine weitere rote Flagge bei ihr. Hier will ich auch nochmal erwähnen, eine Frau hat keine männlichen besten Freunde. Es gibt nur drei Sorten von Männern, die in ihrem Leben was zu suchen haben. Ihr aktueller Freund, ihr Vater und ihre Brüder. Das war's. Frauen, die sich mit vielen Männern umgeben, haben ein extrem schwaches Selbstwertgefühl und sind meistens eben promiskuitiv. Sie brauchen immer Aufmerksamkeit von Männern, die ihr hinterher dackeln, Sachen für sie tun und sie in ihrem Dasein eben bestätigen. Wenn ihr mal Streit habt, wird sie eben genau zu ihren Orbitern gehen. Die warten nur auf die bestmögliche Gelegenheit, ihre Gurken irgendwo in sie einzuschleusen. Du musst ihr das klar machen, wenn ihr eine Beziehung beginnen wollt. Entweder verabschiedet sie sich von all ihren Freunden oder sie verabschiedet sich eben von dir. Das führt uns direkt zur nächsten Red Flag. Kontakt zu Ex-Freunden. Doppelte Red Flag, wenn ihre Ex-Freunde Bad Boys sind. Sie hat Männer aus ihrer Vergangenheit um sich herum. Männliche Freunde sind auch so schon eine Red Flag, hab ich ja schon gesagt. Frauen halten sich immer verschiedene Backups, falls das mal mit dir nicht klappen sollte. Wenn sie zu dir kommt und eine Beziehung sucht, dann verlangt sie indirekt dir auch, dass du all deine anderen Optionen aufgibst. Für sie. Nicht wahr? Im Gegenzug hat die Frau jeglichen Kontakt mit anderen Männern zu meiden. Ich wiederhole, jeglichen Kontakt. Das ist ja heutzutage schon für die meisten Frauen Alltag geworden. Es gibt Frauen, die sind Tag ein, Tag aus umgeben von verschiedenen Gurken. Riesen Red Flag. Männer und Frauen sind in sehr seltenen Fällen nur befreundet. Wenn ihr nur auf Spaß aus seid, dann könnt ihr auf diese Red Flag natürlich hinwegsehen. Mir ist egal, ob sie es mit anderen Gurken treibt, solange ich nichts von deren Existenz wissen muss. Bad Boy Ex-Freunde sind wie gesagt direkt eine doppelte Red Flag. Wenn es mal zwischen euch eskalieren sollte, weißt du ja, wen sie zu sich ziehen kann. Sowas willst du dir auf keinen Fall antun. 13. Red Flag. Karrierefrauen. Diese lassen sich meistens einfach nichts mehr sagen. Die haben auf der Arbeit entsprechend so viele Männer unter ihrem Kommando und versauen den gesamten Arbeitsplatz kaum auszuhalten. Ich persönlich habe einmal die Erfahrung gemacht und beschlossen, nie wieder mit Frauen Tag ein, Tag aus arbeiten zu wollen. Frauen, die studieren, müssen nicht zwingend Karrierefrauen werden. Die meisten studieren ja nur irgendwas, um etwas in der Tasche zu haben. Karrierefrauen suchen sich dann aber meistens irgendwann den Beta-Versorger und übernehmen den männlichen Part in der Beziehung in den Geschlechterrollen. Das führt uns direkt zur nächsten Red Flag. 14. Die Frau mit Überschuss an maskuliner Energie. Sie ist in ihrem Verhalten schon zu einem Mann mutiert. Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Sie ist nicht unterwürfig. Ganz im Gegenteil. Sie konkurriert sich ständig mit dir. Damit eine Frau sich dir unterwirft, muss sie zu dir aufschauen können. Die Geschlechter sind dazu da, um sich gegenseitig zu komplementieren und nicht, um sich gegenseitig zu konkurrieren. Das ist meiner Meinung nach eines der Hauptgründe, warum fast alle Beziehungen heutzutage scheitern. Die Geschlechterrollen sind eben sehr wichtig. 15. Red Flag. Extreme Eifersucht. Frauen lieben Männer, die von anderen Frauen gewollt werden. Das nennt sich Female-Made-Choice-Coping. Sie wollen einen Mann, der andere Frauen haben kann, es aber nicht tut. Dadurch wird sie stets bemüht sein, um dich zu kämpfen. Aber das kann eben auch zu weit gehen und sich negativ auf deine Psyche auswirken. Wenn sie dich mit Adleraugen beobachtet und ständig ausfragt, wo du warst und was du gemacht hast. Wenn sie deinen Browser-Verlauf und dein Handy abchecken will, dann geht das zu weit. Gesunde Eifersucht ist okay, aber extreme Eifersucht in Richtung Stalking dann eben nicht. Frauen, die so handeln, haben psychische Probleme und müssen erstmal an sich selbst arbeiten. Es ist niemals deine Aufgabe als ihren Liebhaber, dich um ihre psychischen Probleme zu kümmern. Red Flag Nummer 16. Drama Queens. 1. Früher oder später wirst du auf Drama... Drama. Entschuldigung. Drama. Früher oder später wirst du immer auf Drama stoßen bei Frauen. Alle paar Monate hier und da mal ein wenig Drama muss man tolerieren und die Grenzen erneut setzen. Wenn das aber regelmäßig passiert, also wöchentlich oder sogar täglich, dann vermittelt sie dir damit, dass Drama bei ihr Standard ist. Dass das mit ihr einhergeht. Sie ist eine Drama-Königin. Sie spricht immer schlecht über irgendwen oder irgendwas. Sie hat nie etwas Positives zu vermitteln. Solche Frauen brauchen einfach ganz viel negative Emotionen. Es ist echt mühselig und deine Zeit nicht wert. Ein Rat für den Unerfahrenen, was deine kleine Freundin betrifft. Vergnüge dich ein bisschen mit ihr und dann schmeiß sie auf den Müll. Die passiv-aggressive Drama-Queen entzieht dir jegliche Lebensenergie und Lebensglück. Menschen haben meistens positiv zu denken, egal ob Mann oder Frau. Wenn dir eine begegnet, die ständig herumnürgelt und nichts gebacken bekommt im Leben, dann geh deinen Weg. Machen wir mal weiter mit Red Flags in Richtung Aussehen. 17. Red Flag Extrem tätowierte und gepierzte Frauen Ein kleines Tattoo als kleine Sünde in ihrer Jugend ist kein Grund, gleich unruhig zu werden. Wenn sie aber mehrere für die Öffentlichkeit sichtbare Tattoos hat, solltest du dich auch mal fragen, was sie der Welt damit vermitteln möchte. Du wirst ganz schnell merken, dass solche Frauen eben einen Haufen anderer Red Flags mit sich herum tragen. Dasselbe gilt auch für Piercings. Ein Piercing am Ohr oder an einem Nasenloch sind noch akzeptabel. Piercings an der Nasenscheidewand, Nippel, Klitoris, Augenbrauen oder eben zu viele Ohrringe sind Red Flags. 18. Red Flag Schönheits-OPs Sich ein Muttermal entfernen zu lassen ist natürlich okay, aber Ja, ich muss mal immer ein paar kleinere Fehler abfangen. Oder wenn sie irgendwas hat, wo die Leute sie permanent anstarren. Sie sich deshalb unwohl fühlt, wie beispielsweise eine überdurchschnittlich lange Nase. Nur zu, verpasst ihr die OP. Aber Frauen mit übermäßig vielen OPs, besonders im Gesicht, sind eine riesen Red Flag. Tätowierte Augenbrauen, Michael-Jackson-Nase, gespritzte Lippe, Wangen und so weiter. Solche Frauen haben ein verzerrtes Selbstbild und sind im Unreinen mit sich selbst. Red Flag Nummer 19 Übermäßige Nutzung von Fake-Up Solche Frauen sind eitel. Wenn sie sich nicht traut, auch mal ungeschminkt zum Kiosk oder zum Bäcker zu laufen, dann hast du die Red Flag vor Augen. Eine eitele Frau verbringt meistens ein bis zwei Stunden am Tag erstmal damit, sich schön zu machen, bevor sie die Haustür überhaupt verlassen kann. Sie fragt sich im Alltag immer, was wohl andere über sie denken und verdirbt einen mit dieser mentalen Einstellung echt die Lebensfreude. Red Flag Nummer 20 Kurze Haare Eine feminine Frau trägt niemals freiwillig kurze Haare. Solche Frauen haben sich mehr oder weniger schon von ihrer Femininität verabschiedet. Eine feminine Frau, besonders in ihrer Prime, hat so schöne, seidene, lange Haare und nutzt diese eben auch. Um Männern Interessenssignale zu geben oder um sich in ihrer Femininität zu präsentieren. 21. Übergewichtige Frauen Fett sein, auch als Mann, ist ungesund. Konnte ich ja nicht wissen. Wir leben in einer Welt, wo alles im Überfluss vorhanden ist. Die meisten Menschen kommen innerhalb von einer Stunde an alle Nahrungsmittel dran, die sie benötigen. Früher war das natürlich nicht der Fall. Es gab keine Kühlschränke. Das heißt, die Leute mussten sich nicht nur von der Nahrung, die zur Verfügung stand, nicht nur satt essen, sondern sich auch polstern. Besonders in der Winterzeit, wenn der Zugang zur Nahrung knapp wurde. Dadurch sind die Menschen immer automatisch ins Fasten gekommen. In eine ketogene Phase, wo der Körper sich dann nicht mehr von Zucker ernährt, sondern von Fetten. Dein Körper holt sich in der Zeit des Fastens also die Nährstoffe aus seinen eigenen Körperfetten. Da Menschen heutzutage aber nicht mehr hungern, muss man diesen Zustand ab und zu mal erzwingen oder eben seine Essgewohnheiten regulieren. Ein dicker Mensch kriegt das offensichtlich nicht hin. Er verfällt in eine Esssucht und das zeigt sich auch an seinem Körper wieder. Ein guter Übergang zur nächsten Red Flag. 22. Sie kann nicht kochen und backen. Solche Frauen können kein Kochbuch öffnen, um gesundes Essen zu machen. Und ich rede jetzt auch nicht davon, dass die Frau die ganze Zeit das Essen zu machen hat. Aber sie muss sich damit auskennen. Und ich koche liebend gerne mit Frauen. Ich bemühe mich auch. Wenn sie nicht kochen oder backen kann, dann ziehe ich eine ganz klare Grenze. Eine Beziehung kommt auf keinen Fall in Frage. 23. Frauen, die sich körperlich selbst verletzen. Ein Anzeichen dafür findest du, wenn sie auch im Sommer niemals Haut zeigt. Sie will nicht, dass man ihre Narben sehen kann. Frauen mit BPS neigen zu solchen Symptomen. Sie verspüren ständig eine innere Anspannung. Sie zittern ständig. Viele Frauen können sich emotional nicht öffnen und ausdrücken. Und anstatt sich einen Psychologen zu suchen, um an das Problem zu arbeiten, schneiden oder beißen sie sich ins eigene Fleisch. Ich hatte vor einigen Jahren mal erneut Bonitis bei einer Frau, bei der ich kurzfristig felsenfest der Meinung war. Sie wäre komplett ohne Red Flags. Ich würde an deiner Stelle mit dieser Scheiße aufhören. Jungfrau mit 20, wunderschön, unterwürfig. Und dann musste ich feststellen, dass sie sich selbst verletzt. Drogenabhängigkeiten Frauen, die regelmäßig Alkohol, Zigaretten oder härtere Drogen jeglicher Art Antidepressiva nehmen oder regelmäßig Schlaftabletten schlucken. Wenn ihr wüsstet, von wie vielen Frauen ich nie im Leben erwartet hätte, dass sie jemals auf die Idee kommen würden, Medikamente zu schlucken, so als wären das irgendwelche Tick-Tacks. Aber so ist es leider. Ein zielorientierter Mann hat keine Toleranz für sowas. Du willst nur mit einer mental und körperlich gesunden Frau eine Beziehung eingehen, die ihren Körper eben entsprechend wertschätzt. Wenn sie ihre Sucht erkannt hat und sich aktuell Hilfe beim Psychologen sucht, dann halte sie im Rotationssystem, bis sie ihre Abhängigkeit losgeworden ist. Ich bin ja auch nur auf Spaß aus und verbiete trotzdem Alkohol und Zigaretten bei mir zu Hause. Wenn sie im Anschluss weg ist, soll sie doch eine Zigarette nach der anderen anschmeißen. Ist mir egal. Sie gehört der Straße. Schlechter Umgang mit Geld Wenn eine Frau nicht in der Lage ist, sich problemlos ohne Unterstützung anderer finanzieren zu können, dann solltest du sie meiden. Frauen sehen in einem Mann meistens auch den Versorger. Das hat auch mit der Evolutionsbiologie zu tun, da eine Frau während der Schwangerschaft eben immer komplett schutzlos ist. Das ist in ihrer Genetik drin. Besonders nach der Partyjahre, wo sie nicht mehr auf den kurzfristigen Spaß aus ist, sucht sie vermehrt den Versorger. Es gibt mehr als genug ahnungslose Nice Guys, die glauben, es würde dazugehören, eine Frau vollständig finanzieren zu müssen. Egal, ob du Millionär bist oder von Paycheck zu Paycheck lebst. Eine Frau, die richtig entzogen worden ist, weiß, dass Geld ein Mittel zum Zweck ist und man Geld für sich auch arbeiten lassen kann. Ihr müsst euch auf alle Fälle eine Frau suchen, die verantwortungsvoll mit Geld umgehen kann. Die Alternative ist ein Parasit. Sie nistet sich bei dir ein und gibt dein hart verdientes Geld aus. Aber Zeit ist doch eben Geld. Frauen können in der heutigen Zeit genauso Geld verdienen wie jeder Mann. Wenn ihre Ausgaben also größer sind als die Einnahmen, wenn der Cashflow also negativ ist, dann wird sie dich melken. Das ist eine riesen Red Flagg. Sugar Babys und sonstige Gold Digger Ich habe mal eine Studentin kennengelernt, die so gelebt hat. Sugar Babys sind meist noch junge Frauen in ihren Zwanzigern, die finanzielle Sicherheit und Unterstützung im Allgemeinen bei einem viel reiferen Mann suchen. Wirklich sexuelles Interesse besteht da nicht. Es ist ein Austausch. Sex für Gegenleistung. Bei Gold Diggern ist es auch nicht anders. Hier geht es mehr in Richtung finanziellen Wohlstand und hat auch rein gar nichts mit wirklichem Interesse zu tun. 27. Meines gesamten Studiums habe ich mich selbst finanziert. Ich weiß, was es heißt, nichts zu haben und bin entsprechend auch immer leicht zufriedenzustellen. Solange ich Essen auf dem Tisch habe und ein Dach über meinem Kopf, ist meine Mindestanforderungen an ein glückliches Leben gegeben. Ich habe zwar jetzt viel Geld, aber hatte ich eben 30 Jahre lang nicht. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid eine verwöhnte Cinderella, die 25 Jahre alt ist und noch nie wirklich arbeiten musste. Das haben heutzutage viele Frauen. Die Eltern und Großeltern leben im Überfluss und wollen es dem Kind so leicht und sicher wie nur möglich machen. Ich bin mit einigen Cinderella zur Schule gegangen damals. Was sind deine 40.000 bis 60.000 im Jahr schon wert, wenn sie nur große Augen bei Poppy machen muss, um ein Auto ihrer Wahl zu bekommen? Eine Frau hat keine Last in deinem Leben zu sein. Gewalttätige Frauen. Diese verpassen dir bei Wutausbrüchen gerne mal eine Backpfeife oder bewerfen dich mit Gegenständen. Nein, 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 nein. Lass niemals zu, dass eine Frau ihre Hand gegen dich erhebt. Wenn du sowas einmal zulässt, wird sie es sich auch nicht nehmen lassen, es zu wiederholen. Männer sind körperlich stärker als Frauen. Wenn du also zurückschlägst und sie ruft die Polizei, kann sie Beschämungstaktiken anwenden und Krokodilstränen vergießen, um dich zum Schuldigen zu machen. Bei all diesen Betamännchen da draußen wirst du ganz schlechte Karten haben. Sie kann dir auf diese Weise sogar die Kinder entreißen, obwohl sie eigentlich der primäre Schuldträger für diese ausgeartete Situation war. Das ist das Konzept der weiblichen Unterverantwortlichkeit. Körperliche und natürlich auch verbale Angriffe sollten auf keinen Fall toleriert werden. Beim allerersten Mal musst du sofort vermitteln, dass sie sich sowas mit dir auf keinen Fall erlauben darf. Macht sie es dennoch erneut, dann zeige, wo die Straße ist. Benutzt unbedingt euren Smartphone in so einer Situation. Wenn sie gewalttätig wird und du die Chance siehst, dann mach einen Videobeweis. Verfrühter Babywunsch. Bei Frauen 30 plus müsst ihr darauf sehr gut achten. Irgendwann setzt ihre biologische Uhr ein und der Wunsch nach einem Kind beginnt. Das ist eines der Hauptgründe, warum ich aktuell noch keine Frauen wie 25 date. Und natürlich, weil jüngere Frauen auch heißer sind. Hättest du gerne Kinder? Beim ersten Kennenlernen stellt sie sogar schon diese Frage. Selbst auf Dating-Apps siehst du Frauen sowas in die Beschreibung packen. Sie sucht einen Bitter mit noch halbwegs guten Genen, der sie versorgt, mit dem sie ein Kind auf die Welt setzen kann. Frauen, die verzweifelt heiraten und Kinder zeigen wollen, haben eigentlich kein Interesse an dir. Das musst du im Hinterkopf behalten. Sie wird dich auf deinen Weg definitiv nicht unterstützen, sondern wird eher versuchen, dich gefügig zu machen. Sie wird dein Leben nicht bereichern wollen, sondern will eher der Fokus aller Geschehnisse sein. Eben diese Frauen werden dann behaupten, Lass es uns ohne Kondom tun, ich nehme die Pille. Und dann schlüpft das Kind raus und du bist verwickelt. Wickel den Scheiß ein, Mann! Ein Redpiller macht es niemals ohne Kondom, auch nicht mit seiner Freundin. Die Kontrolle muss bei dir bleiben. Spül deine kleinen Ausreißer im Anschluss die Toilette herunter. Red Flag Nummer 30 Pathologische Lügner Es gibt Frauen, die sich ihre gesamte Realität auf Basis von Lügen aufbauen. Mit der Zeit lassen sich pathologische Lügner aber enttarn, weil das Kartenhaus irgendwann in sich zusammenfallen wird. Die können sich ihre endlose Liste an Lügen einfach nicht merken. Wenn ihr einen Mehrwert aus dem Video gezogen habt, dann liked, abonniert und hinterlasst doch gerne einen Kommentar. Bis demnächst. Ciao.